Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite Folge 35 und vermutlich die letzte. Ob es die letzte ist, weiß ich nicht. Äh, wo müssen wir denn hin? Durch die Hintertür. Ich meine, die Lichteffekte, die sind schon Hammer hier bei Bioshock. Da ist Elizabeth. Verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, der hier wird anfangen zu pfeifen. Hm. Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig. Ja, Ula. Gabi. Cage. Cage. Käfig auf Englisch. Sie wissen, was gut für uns ist. Bucca? Sie sagen, Sie wissen, was kommt. Was? Bucca! Ich würde ganz kurz ein bisschen ein Martin Luther Os�üd aus zeigen. was ihr wollt, Papa? Kurz da. Wir müssen uns bereit machen. Ich glaube, die wollen an Bord kommen! Doch cause wir müssen uns bereit machen. Ich glaube, die wollen an Bord kommen! Der Vorbild. Es sind Musiknoten, Bucca. Ein Lied. Psst, ist ja gut. Ich bin hier. Wirst du mir helfen? Du musst mich beschützen. Tust du das? Tust du das für mich ein letztes Mal? Los, 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 los. Bucca, er hilft uns. Wir können ihn gegen die Boxflotte einsetzen. Wie das denn? Da geht's. Ach so. Dann mal los. Ich glaube, das heißt Endkampf. Wow. Was? Du kannst jetzt Songbird befehlen, feindliche Bedrohung anzugreifen. Ziele ein. Religiös markiert das Ziel und halte E gedrückt, um den Angriff zu starten. Größere Ziele verursacht eine Heere. Wow. Oh, geil, keine Muni. Zwei Schüsse. Fett. Äh, was haben wir da? Deckung. Geile Scheiße. Wir haben nur eine Schrotflitte. Mit der können wir... Kiste. Deckung. Medizin. Panzerfaust. Ich brauche mal Muni. Präzisionsgewehr. Verstehe ich nicht ganz. Haben wir nochmal Medizin? Medizin. Das war keine Knarre. Der Vogel ist dickgeil. Nein. Moment. Äh. Genau. Wow, ich bin so schnell damit. Können wir den Vogel da auf den Zeppelin schicken? Da? Nee. Die können wir alle angreifen. Los. Der Vogel geht ab, Alter. So. Wo haben wir noch wer? Wo haben wir noch Leute? Da haben wir einen. Da kommen noch mehr. Komm. Buka, er ist bereit. Ich würd gern mal wissen, wo die hinschießen. Ach, darauf! Jetzt traf ich's. Na komm! So, schön hier rumlaufen. Also Muni haben wir jetzt definitiv keinen Mangel. Jawoll. Der Nächste. Ich hab noch Freifahrttickets. Die Nächsten sind kostenpflichtig. Der Prophet sagt, ihr sollt sterben. Wo sind die verkackt? Wo sind die Typen? Na klar, der steht direkt dahinter. So, nachladen. Du dachtest, die Schafen seien mit Gold gepflastert. Doch sie sind mit Blut, Schweiß und Tränen gepflastert. Und zwar mit unseren. Aber heute werden unsere Tränen zu Blut. Und keine werden zu Blut. Zeppelin! Hier, Vogel. Nein, nicht da, du Hirn. Du sollst... Zwei gleich. Das ist ja doch nicht so einfach, wie ich gedacht hab. So, das Ding beschützen. Danke. Keine Muni. Zack. So, Angriff. Jawoll. Vogel ist geil. Los, 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 los. Waaah. Au. Au. Come on. Stirb doch. Hier, bitte. Danke. Danke. Schon wieder so ein scheiß Raumschiff. Zerstöre alle Zeppeline. Ist der Vogel bereit? Nee. Okay, jetzt wird's bremslich. Er ist bereit, Socke. Los. Jawoll. Gut getimt. So. Okay. Als nächstes, was für ein Raumschiff ist das da? Äh, Raumschiff? Komm schon, Vogel. Da. Okay, jetzt wird's langsam nicht lustig. Ich sag euch, da kommt noch ein Handyman dazu. Warum ist der Vogel nicht bereit? Komm, Vogel. Komm, Vogel. Los. Fuck. Komm schon. Los. Los. Salz. Wow. Komm, Vogel. Gut. Dankeschön. Komm schon, schnell. Oh, oh. Das werden wir nicht schaffen. Ne, da schauen wir nicht. Nope. Ah! Ah! Es ist schwer, gebe ich zu. Es sind irgendwie so viele Gegner da, die sieht man irgendwie nicht alle. Ah, ich habe irgendwas im Hals stecken. Och, nö, äh. Okay, jetzt tue ich das aber ein bisschen besser koordinieren. Ja, ja, ja. Und zwar, äh, weg mit der Schrot-Panzer-Faust her. So, los geht's. So. So. So, Vogel, los. Ist der Vogel einsatzbereit? Nein. So, ich glaube, jetzt müssen wir mal ein bisschen mehr... Komm schon, Vogel, mach! Ich kann Songbird rufen, Vogel. Ich kann Songbird rufen, Vogel. Ich kann Songbird rufen, Vogel. Ja, dass da noch mehr kommen, weiß ich. So, komm, jetzt aber... Jetzt klappt's. Bin ich mir sicher. So, wie war ein... Das ist geil, dann sollten wir auch mal benutzen, ne? Und nicht mehr, wir haben den Ersten zu uns abbefeuern soll. Heute, gehen wir den letzten ab. Okay. Okay. Ich will mit dem Vogel eigentlich nur die Kampfschiffe angreifen. Oh, ja, Gesundheit ist nicht schlecht. Komm schon, Kampfschiff, Kampfschiff. Genau, jetzt kommen die Großen. Ja, ist mir klar. So. Vox, Zeppelin, Vox, Zeppelin, Vox, Zeppelin. Los. Los, Vogel. Wow, gut geworfen. Von hinten? Natürlich. Ich hab nichts gefunden. Scheißidee. Da. Mann! Pfff... Okay, Moment. Ich muss mal gerade... ...mich sortieren. Äh. Wo ist das nächste Schiff? Da. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Da geht's. Dann gucken Sie sich mit dir bei uns. Danke, bitte. Also, bis dahin. Bis dahin. Ich glaube, dass du mir übernütig bist. Und wir sehen uns dann schon mal. Und wir sehen uns dann. Also, bis jetzt. Vielen Dank.